Während meiner Kindheit war der Zugang zum Wissen für viele ein Problem, denn nicht jeder konnte sich ein teures Lexikon leisten. Und dann vor 20 Jahren kam Wikipedia. Wissen für alle, eine freie Enzyklopädie, überall verfügbar, wo es Internet gibt. Und das ist für mich eine der größten Bildungsrevolutionen in der Geschichte, denn man muss sich das klar machen, ein kleines Mädchen im indischen Chennai kann heute auf dieselben Informationen zugreifen als ein kleiner Junge in Berlin. Wikipedia hat also diese Welt fairer gemacht. Etwa 50 Millionen Artikel in 300 verschiedenen Sprachen und das Geniale ist der Prozess, denn die Beiträge sind das Ergebnis einer gemeinsamen, offenen, freien Zusammenarbeit. Sie werden ständig von der engagierten Wikipedia-Community kritisch unterfragt und aktualisiert. Also wir alle, und das ist die klare Botschaft, können gemeinsam diese Welt besser machen. Und heute möchte ich daher Danke sagen. Danke an die engagierte Wikipedia-Community und herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag. Wikipedia